Liebe Freunde, das erste Land in Europa hat eingesehen, dass Landesgrenzen endlich sind, dass der Platz, Wohnraum und so weiter und so fort in einem Land endlich sind. Die Ressourcen sind ausgeschöpft, die Mieten steigen und so weiter und so fort. Ihr kennt das Ganze, bevor wir auf das Land eingehen. Bisschen erstmal hier die Adlerperspektive über Europa, die wir jetzt mal hier gemeinsam einnehmen können. Denn die Adlerperspektive verschafft einem immer einen sehr guten Überblick und so sehen wir hier bei Google Earth erstmal Europa im Ganzen. Können wir jetzt noch nicht so ganz von Russland unterscheiden, dafür wechseln wir mal auf eine andere Karte. Hier sehen wir jetzt das geografische Europa sozusagen und dann sehen wir, dass Teile Russlands, sogar ein relativ großer Teil, Ich meine, Russland ist das größte Land der Welt und auch die Ukraine zu Europa gehören. Somit haben unsere sogenannten Elite-Politiker schon recht, dass die Ukraine auch geografisch zu Europa gehört. Aber schauen wir jetzt auf die Karte der Europäischen Union, dann sehen wir eindeutig, wir haben mit der Ukraine überhaupt nichts zu tun. Trotzdem müssen wir Millionen von Flüchtlingen aufnehmen und finanzieren die ganze Sache dort mit Milliarden und auch Waffenlieferungen. Wir lehnen uns sehr weit aus dem Fenster und riskieren einen dritten Weltkrieg mit Russland. Und dann müssen wir auch schauen, die russische Grenze, ja gerade wenn wir Weißrussland dazunehmen, ist auch nicht weit weg von Deutschland. Russland hat langreichende Waffen und so weiter und so fort. Nur das mal am Rande zu dem Krieg. Ja, dann haben wir hier noch das kleine Ländchen, die Schweiz, die ist ja sozusagen neutral, aber die Neutralität beröckelt immer mehr. Aber jetzt lassen wir die Katze aus dem Sack, es geht um dieses kleine Ländchen. Die Schweiz hat jetzt erkannt, sie sind voll. Und wenn wir sagen, okay, die Schweiz ist jetzt aktuell wirklich an ihrer Grenze, wenn das so der Wahrheit entsteht und von den Größen der Länder, dann wird wahrscheinlich Belgien und die Niederlande, Dänemark und so weiter, die werden nach und nach wahrscheinlich auch sagen, dass sie voll sind. Wobei Dänemark ja schon die Migrationspolitik groß eingeschränkt hat. Aber schauen wir doch mal genau, was da los ist. Die Schweizer Volkspartei hat nun eine Volksinitiative eingebracht und die nennt sich keine 10 Millionen in der Schweiz. Und das soll die ganze Zuwanderung begrenzen und bei Bedarf sogar das Abkommen über den freien Personenverkehr kündigen. Die Schweizer Volkspartei kann man ungefähr so mit der AfD vergleichen, denke ich jetzt mal. Bitte, liebe Schweizer, korrigiert mich in den Kommentaren, wenn das nicht so ist. Aber hier heißt es bei Lügenpedia, Rechtspopulismus, EU-Skepsis, Nationalkonservatismus, Gesellschaftskonservatismus, Wirtschaftsliberatismus. Also das sind schon Punkte, die Ähnlichkeiten mit der AfD aufbringen. Dann nochmal kurz hier auf diese Volksinitiative eingegangen. In der Schweiz gibt es ja eine bessere Demokratie als im besten Deutschland aller Zeiten. Denn die Schweizer haben die Möglichkeit, zum Beispiel bei solch einer Volksinitiative direkt über die Gesetze zu entscheiden. Das heißt, wenn die Schweizer jetzt gefragt werden, ob sie diese 10 Millionen Grenze in der Schweiz haben wollen, dann wird auch wirklich jeder Schweizer oder jeder Schweizer hat dann die Möglichkeit, zur Wahl zu gehen und darüber abzustimmen. Solch eine Volksinitiative oder solche Volksentscheide fehlen natürlich noch in Deutschland. Unsere Altparteien wollen die überhaupt nicht haben. Die wollen am liebsten, dass davon überhaupt nicht gesprochen wird. Und da sehen wir in diesem Punkt schon alleine, wie antidemokratisch die Politiker unserer Altparteien in Deutschland sind. Denn wahre Demokraten würden sich sofort offen für solche Volksinitiativen entscheiden. Und da müssen wir noch dazu sagen, die AfD ist meiner Meinung nach die einzige Partei, von der ich weiß, die, glaube ich, für solche Volksentscheide sind. Auch wenn ich da wieder falsch liege, korrigiert mich gerne unten in der Kommentarspalte. Diese Volksinitiative kam bei der Schweizer Bevölkerung auch recht gut an. Und so haben die innerhalb von kürzester Zeit hier 114.600 Unterschriften gesammelt. Und somit wird das wahrscheinlich da im Parlament verhandelt werden müssen. Ich kenne mich nicht ganz so genau mit der Regierungsform in der Schweiz aus. Seht es mir bitte nach. Und wenn diese Initiative durchkommt, dann wird die Wohnbevölkerung in der Schweiz auf maximal 10 Millionen Einwohner bis 2050 begrenzt werden. Ja, das ist eine gute Sache, würde ich sagen, denn die Schweiz leidet unter massiven Problemen und ratet mal, welche das sind. Richtig, auch bei unseren Nachbarn geht es um die Masseneinwanderung, unter der die Schweiz richtig zu leiden hat. Und deswegen wollen sie halt mit dieser Initiative für die nächsten 25 Jahre die Wohnbevölkerung auf 10 Millionen begrenzen, um das Ganze mal ein bisschen besser kontrollieren zu können. In Deutschland findet das ja auch alles ohne jegliche Kontrolle statt. Und wir können ja tagtäglich in den Zeitungen lesen, welche Probleme uns das alles beschert. Unsere Politiker der Altparteien wollen das zwar nicht sehen, aber derjenige, der noch ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt geht, kann erkennen, was da gerade abläuft. Interessant auch noch, dass die Abstimmung sogar bedeuten würde, dass die Schweiz ihr bilaterales Abkommen mit der Europäischen Union über die Freizeugigkeit beenden und aus dem globalen Pakt für Migration der UNO austreten müsste. Die SVP fordert, dass nach dem Zustrom von mehr als 180.000 Menschen innerhalb eines einzigen Jahres endlich gehandelt werden muss. Ja, wir haben gerade auf der Landkarte noch gesehen, wie klein die Schweiz ist. Und wenn dann 180.000 Menschen innerhalb eines Jahres kommen, das muss erstmal verkraftet werden. Auch die Schweiz hat natürlich ukrainische Flüchtlinge da, der 99.000 an der Zahl seit Kriegsbeginn im Februar 2022 bis Februar 2024 in die Schweiz eingewandert und haben da diesen sogenannten Schutzstatus S bekommen. Damit bilden die ukrainischen Flüchtlinge die größte Gruppe der Schutzsuchenden in der Schweiz. Interessant an der Sache ist, dass nur weniger als 20% der Ukrainer, die in die Schweiz geflüchtet sind, eine Arbeit gefunden haben. Und das ist ja leider in Deutschland genauso. Sie haben uns ja versprochen, der Fachkräftemangel, der ist im Nu gelöst, wenn wir nur genug Flüchtlinge aufnehmen. Aber seit 2015 hören wir immer Fachkräftemangel und es sind Millionen Menschen gekommen. Und ja, komischerweise herrscht der Fachkräftemangel immer noch. Also scheint das ja auch prozentual bei uns ähnlich zu sein. Andere Zahlen sind genauso ehrlich wie die Zahlen, die aktuell bei uns veröffentlicht werden. Im vergangenen Jahr stieg die Anzahl der Einbruchdiebstähle bei Fahrzeugen im Thurgau um 72%. Die Hauptverdächtigen sind junge Männer aus dem Maghreb. Wir haben das ja genauso. Die Schlagzeilen überschlagen sich ja. Messerkriminalität stärkt, Einbrüche steigt, Überfälle steigen, Vergewaltigungen steigen und so weiter und so fort. Ihr kennt das ganze Spielchen ja. Und so schreiben sie ja auch hier Probleme, Gewalt und Drogendilekte. Aus Gründen dafür werden billiges Kokain, überlastete Psychiatrien und volle Asylzentren genannt. An den Schweizer Schulen ähnliche Zustände wie bei uns in Deutschland. Es herrscht ein Sprachnotstand. Schweizer Kinder erlernen nicht mehr angemessen die deutsche Sprache. Naja, ob es sich da um Schweizer Kinder oder um Kinder, die in der Schweiz wohnen, handelt. Das müsste man ja auch nochmal unterscheiden. Also auch dort die Probleme an den Schulen, die sich hier laut Artikel sogar bis in die Universitäten schon bemerkbar machen. Dann wird hier noch geschrieben, dass gerade mit den ukrainischen Flüchtlingen von der Schweiz aus gedacht wurde oder denen das so verkauft wurde, dass die ja nur temporär sich in der Schweiz aufhalten werden. Die sind nicht gekommen, um zu bleiben, sondern nur bis sich der Zustand im Heimatland ändert. Das bezweifeln jetzt aber auch schon die Politiker der SVP, genauso wie bei uns ja die AfD-Politiker oder auch kritische Stimmen wie wir, sage ich mal, das Ganze bezweifeln, dass die wieder nach Hause gehen wollen. Und als Beweis führen die hier an, dass sie ja schon Läden eröffnen und dann exotische Lebensmittel bringen. Obwohl das ja eigentlich dann auch wieder ein positiver Beispiel ist, wenn die Leute sich da engagieren, einen Laden aufmachen und versuchen, ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten, ist das ja eigentlich positiv zu erwähnen. Am Ende des Artikels gehen sie nochmal ein bisschen auf die finanzielle Zeitbombe, die das Ganze darstellt, ein. Und so schreiben sie hier, die finanzielle Zeitbombe kommt aus der Ukraine und Afrika. Schweizer Steuerzahler finanzieren Großfamilien. Großfamilien, das erinnert mich so ein bisschen an Mr. Cash Money hier bei uns aus Deutschland, aus Dortmund. Kann ich euch gerne mal verlinken, das Video. Schaut es euch an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Das zeigt ja, wie ein Mann aus Afrika, der die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hat und zig Kinder adoptiert hat, 1,5 Millionen Euro im Jahr von uns Steuerzahlern auf sein Konto überwiesen bekommt. Er hat Luxusimmobilien, Luxusautos in Afrika. Schaut euch das unbedingt mal an, das Video. Ja, das ist natürlich ein Problem, nicht nur für so ein relativ kleines Land für die Schweiz, sondern auch für unser großes Land Deutschland, denn wir sind schon lange kein reiches Land mehr. Lasst euch dieses Gequatsche von dem reichen Deutschland nicht erzählen. Schaut doch einfach auf euer Konto oder in euer Portemonnaie und dann denkt doch nochmal selber nach, ob Deutschland ein reiches Land ist. Um zum Schluss zu kommen, nehmen wir nochmal die Adlerperspektive an. Wir sehen, die Schweiz scheint als erstes Land da Nägel mit Köpfen machen zu wollen. Ich hoffe für die Schweizer, ich habe unter anderem auch Schweizer Freunde, an die gehen Grüße jetzt natürlich raus. Ich hoffe für die Schweizer, dass sie die Situation in den Griff kommen, denn gerade meine Freunde haben mir auch schon erzählt, dass die Situation für die Schweizer da sehr anstrengend ist, genauso wie bei uns in Deutschland. Kann ich nur hoffen, wie gesagt, dass diese Initiative von Erfolg gekrönt ist, dass die Schweizer auch schlau werden und weiter und vermehrt die SVP wählen. Dementsprechend kann man in Deutschland nur hoffen, dass die einzige Alternative in Deutschland, die sich ja auch dieser Sache annimmt und diese Finger sozusagen in die Wunden, Migration, Krieg und so weiter, finanzielle Probleme, Sozialsysteme, die überlastet sind, Wirtschaft, die deindustrialisiert wird von unserem grünen Kinderbuchautor und so weiter und so fort. Ihr kennt das Ganze, wenn ihr meinen Kanal verfolgt und dementsprechend wisst ihr auch, was abgeht. Deswegen teilt dieses Video, um aufzuzeigen, dass die Länder in Europa langsam an ihre Grenzen stoßen, wenn nicht die Grenzen so oder so schon überschritten sind und das jetzt eigentlich ein zu spätes Handeln ist. Ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben, dann teilt der Algorithmus das Ganze auch nochmal, kommentiert gerne unten kräftig, damit wir eine Diskussion über das ganze Thema haben und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Insbesondere nicht, wenn ihr die Glocke aktiviert und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!